In diesem Video werden wir darüber, wie Sie Barcode-Etiketten zu gestalten diskutieren. Sie können leicht zu entwerfen Barcode-Etiketten mit Hilfe der RPU-Barcode-Software. Die RPU-Barcode-Software hat zwei Bunnels, Barcode-Einstellungen und Barcode-Planung Blick, Typ auswählen und Barcode-Font. Geben Sie Barcode-Wert, Kopf- und Fußzeilen. Passen Sie die Größe Ihrer Barcode. In Schrift- und Farbeinstellungen können Sie Schriftart und Farbe des Barcode-Kopf- und Fußzeile festlegen. Wenn Ihr Etikett hier Anforderungen benötigt, weitere Vorbeinformationen über Barcode-Etikett. Sie können in Barcode-Planung ansehen, entwerfen, stellen Karte-Eigenschaften. Wählen Sie Barcode von Zeichenwerkzeugen und doppelklicken Sie darauf. Wählen Sie Typ und Barcode-Font. Geben Sie Barcode-Wert, Kopf- und Fußzeilen. Jetzt können Sie Größe, Farbe und Schriftart von Barcode-Etikett anzupassen. Wählen Sie Text und Art. Stellen Sie Schriftart Ihres Textes. Sie können eigene Formen in Ihrem Barcode-Etikett hinzuzufügen. Hier werden verschiedene Form-Eigenschaften wie Farbeinstellungen, Bildeinstellungen und andere Einstellungen zur Verfügung. Sie können mehr als ein Barcode auf dem gleichen Etikett hinzuzufügen. Zum Option für die Druckeinstellungen zu drucken. Stellen Sie die Druckeinstellungen nach Ihrem Etikettenbögen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken. Hier Ihre Barcode-Etiketten gedruckt werden. Jetzt können Sie Ihre Barcodes mit jeder Art von Barcode-Leser geschandt werden. Danke für Ihren Besuch. Danke für Ihren Besuch.